Willkommen zurück Leute, hier zu Uncharted und ich frage mich wo es lang geht, aber wir müssen nachladen. Oh, Vorsicht! Dann drück mal den nächsten Hebel runter, das sieht doch mal nach einem sicheren Weg aus. Nehme ich mal ran. Ich sehe ein grünes Licht. Das sind sehr dumme Wesen, wenn ihr mich fragt. Oh Mann, die Viecher haben sie erledigt. Ach so, ich soll mir jetzt hier noch rumstehen und mir eine tote Leiche anschauen. Nein, das machen wir garantiert nichts. Oh Mann. Oh Mann. Neuer Raum, neues Glück würde ich sagen. Gollum Nummer 1 oder was? Primus Gollum. Hm. 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 Auch immer die Spanier, die über Mambo Jumbo verfügen. Kein Schiff wird diese Insel verlassen. Ich habe alle zerstört und die Stadt überschwemmt. Das Böse darf dieses Eiland niemals verlassen. In meiner letzten Stunde empfehle ich meine Seele Gott. Erbarme dich dieses unheiligen Orts. Francis Drake. Mein Gott. Oh nein, nicht schon wieder. Oh doch. Wir haben ja noch genügend. Munition gibt es hier ohne Ende. Okay. Irgendwie betreiben wir gerade voll den Genozid. Ja, netten Wesen aus dem Dark Souls-Universum. Oder so ähnlich. Ja. 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 Okay, irgendwas scheint da zu sein. Also jetzt nochmal wieder hier wie wild drauf drücken, um die Tür zu öffnen. Oh, okay. Oh nein! Hören Sie mich da drinnen? Nur zu gut, Mistkerl. Oh, Sie haben kein Mikrofon? Wie schade. Nee, schau ab, bevor... Helena! Hast du in Ruhe, ihr M... Na wahr, wenn du noch nicht mal ein kleines Mädchen im Griff hast, soll nicht mehr vorkommen. Versprochen. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte mich nur bedanken fürs Finden von Eldorado. Na klar. Ach, ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn wir Miss Fischer noch etwas behalten. Nur damit Sie und Ihr Werterpartner keine Dummheiten anstellen. Bis dann nicht. War ein Vergnügen. Ja, das Lachen wird dir schon noch vergehen, Dreckskerl. Oh nein, das klingt nicht gut. Ach, du Heiliger. Na ja, wenigstens wieder ein Kampf gegen normale Menschen. Kann man nicht auch irgendwie gegen die Elektroleitung klatschen? Nein. Keine Gefahnden! Gehen daher! Willkommen zu dem Rad, pass auf! Lass die Bette! Hau! 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 Weg mit uns! Ach, bis dann! Okay, sehr gut. Verdammt. Ach, und das sind wieder unsere guten alten Freunde aus dem Schacht. Okay, sehr gut. Stirb doch. Den hat es umgehauen? Interessant. Okay, das ist Bullshit. So, ich weiß nicht, wo wir wieder hingesetzt werden. Wahrscheinlich wieder zum Anfang. Ach, ne. Okay. Ach, jetzt habe ich hier dieses Dragon Präzisionsgewehr. Ja. Irgendwie wirkt das Ganze so wie Starship Troopers, nur irgendwie scheiße. Oh, nein. Okay, das war Bullshit. Und erneut muss ich dazu sagen, weil es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir das erlebt haben. Nachverflucht. Verdammt nochmal, ich kann nicht hier mit dem Präzisionsgewehr umgehen. Da hat sie selbst in die Luft gesprungen, wie geil. So. Oh. 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 Das war's für heute. Ich will noch nicht aufhören. Ich werde dazu gezwungen, mehr oder weniger. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Unstoffe und denkt daran, Freundschaft ist Magie. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.